So, also wenn du überhaupt gar keinen Plan hast, wie du Samples in Ablen einfügst oder bearbeitest, bleib gerne dran, ich zeig's dir heute. Es geht direkt los nach dem Intro. Es geht direkt los. Ich hab jetzt hier meinen Sample-Ordner. Ihr habt ja wahrscheinlich auch einen auf dem Desktop, das heißt, ihr wollt jetzt das Sample bearbeiten in Ableton. Ich hab jetzt hier, ich nehm jetzt einfach mal ein Vocal und das ist ein Sample oder das ist ein ganzer Track von Notorious B.I.G. Das heißt, ich zieh den hier jetzt einfach, diesen Vocal, diesen Sample, den ich hab, einfach in Ableton rein. Zack. Ganz easy. Und wenn ihr den Vocal zum Beispiel zerstückeln wollt oder ihr wollt nur einen kleinen Teil von dem haben oder ihr wollt aus dem eine Melodie machen oder ihr wollt den komplett bearbeiten, komplett pitchen, das könnt ihr alles mit einem Tool machen, was auch in Ableton drin ist und zwar das ist der Sampler. Da geht ihr hier auf Instrumente und trägt den Sampler einfach hier rein. Dann müsst ihr hier bei Drop Sample hier logisch den Sample rein droppen. Das machen wir mal. Dann können wir den auch schon mal löschen, den brauchen wir gar nicht. Und dann klicken wir hier einmal rein. Machen das einmal größer. C3, seht ihr hier, das ist die Grundnote, das ist die Originalnote des Samples. Das heißt, den benutzen wir erstmal. Hier könnt ihr die Länge einstellen, wie lange der sein soll, der Clip. Machen wir mal vier, vier Takte und ziehen den einmal lang. Das heißt, der geht jetzt vier Takte lang und dann drücken wir einfach mal Play. Gucken, was passiert. So, jetzt seht ihr hier, der Sample ist am Anfang ziemlich lang. Machen wir ein bisschen lauter bei mir. So. Das heißt, das interessiert mich gerade nicht, weil ich will zum Beispiel ein bestimmtes Wort, ich will eine bestimmte Zeile unbedingt haben, weil das passt total geil zum Man-Track, was auch immer. Das heißt, der hier wiederholt sich jetzt immer. Er geht vier Takte lang und wenn das vorbei ist, dann fängt der Sample wieder von vorne an. So, das heißt, wir nehmen den hier, diesen Pfeil und ziehen den nach vorne. Ihr könnt den jetzt überall hinziehen. So, ich ziehe den einfach mal hier und dann machen wir auf Play. Fängt er direkt da wieder an. Ich nehme jetzt mal eine Zeile raus. So steht das. I look deeper. So. Pam. Ziehen wir das einmal so lang. Jetzt haben wir nur das drin. I look deeper. I see. I look deeper. I see. I look deeper. 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 Zum Beispiel das. Jetzt haben wir nur den Sound dran. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, den zum Beispiel zu pitchen. Oder ihr wollt, so einen Stotter-Effekt. Können wir einmal machen. Machen wir mal hier. So. I look deeper. I look deeper. So was könnt ihr machen. Ihr könnt auch zum Beispiel. Wenn ihr wollt, dass es irgendwie tiefer ist oder heller ist, könnt ihr den nach oben tun. Dann verändert sich die Stimme auch, wird schneller. Zum Beispiel das. Oder nach unten. Das ist zum Beispiel perfekt für so Trap-Sachen oder ähnliches. I look deeper. I look deeper. I look deeper. Zum Beispiel, wenn ihr so was machen wollt, in sowas mit so einer Bass-Music zum Beispiel, dann würde ich da noch ein Reverb draufhauen oder irgendwelche Saturation, Overdrive. Das kann man alles machen. So. Ihr könnt natürlich dann auch mal welche Noten setzen. Machen wir einmal auf Steuerung. I look deeper. I look deeper. I look deeper. I look deeper. Also viele Möglichkeiten habt ihr damit. Ich drehe den jetzt einmal hier, einmal auf Doppel. Andere Möglichkeit, was ihr jetzt machen könnt, ist, ich mache den mal wieder auf Normal. C3, wieder Original. I look deeper. I see blood up on the sneakers. So. Wenn ihr zum Beispiel wollt, dass der gepitcht wird, in einer Richtung nach oben oder nach unten, könnt ihr hier zum Beispiel immer auf Pitch Envelope, also ich bin hier das 5x Sample, dann geht ihr auf Filter Global, äh, sorry, auf Pitch Oscillator hier, drückt den an, zieht den Amount hoch und dann guckt ihr mal, was jetzt passiert. So, dann kann man dran ziehen. I look deeper. I see blood up on the sneakers and it's pistol. I look deeper. So was oder nach unten. I look deeper. I see blood up on the sneakers. I look deeper. Auch viele Effekte wird sehr, sehr oft genutzt. Das ist ein ganz einfacher Effekt, um sowas, äh, zu machen. Ähm, wenn ihr das manuell machen wollt, könnt ihr das mit dem Transpose hier, gehen wir einmal auf Rechtsklick, Zeige Automation. So, dann können wir eine Automation in den Clip reinmachen, ganz wichtig, Automation, ganz wichtig, können wir einmal nach oben machen, einmal nach unten, einmal anhören nur. I look deeper. I see blood up on the sneakers. I look deeper. Zum Beispiel. Gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Wie gesagt, Weg ist frei, probiert euch aus. Mit dem Sample, da kann man noch ganz, ganz viel weiteres machen, das ist jetzt erstmal nur das Tutorial, wie man ihn erstmal so benutzt. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr noch mehr Tipps dazu haben wollt. Der Sampler gibt wirklich einiges her, wie man viele Sachen machen kann. Man kann ihn auch für Drums benutzen, für alle Samples, die ihr habt, für komplett alles, genau. Viel Spaß mit dem Video. Oben wieder eine Playlist mit anderen Tutorials, guckt euch die gerne an und viel Spaß damit.